Erste Runde im ÖFB Cup zwischen dem SV Telfs und der Salzburger Austria. Und was hier am Telf erhebert fehlt, das sind die Zuschauer. Warum es zu einem Zuschauerausschluss gekommen ist, das wurde im Vorfeld ausgiebig diskutiert, erspare ich Ihnen jetzt. Fakt ist, Fußball und der Fans nicht wirklich vergleichbar. Eher sowas wie eine Corona-Partie. An Einsatz, an Einsatz mangelt es den beiden Mannschaften allerdings nicht. Die Austria spielt immer wieder flott nach vorne, sucht den Weg in die Spitze. Der letzte Pass, der kommt dann aber leider meistens auch nicht an. Marinko Sorda mit der Hereingabe, aber Telfs kann klären. John Dammer hört es ganz deutlich. Etwa 150 Salzburger Anhänger haben den Weg nach Tirol trotzdem angetreten. befinden sich weit über dem Stadion, an einem Hang in einem Waldstück, verfolgen sie dort aus die Partie. Ja, Verwunderung bei den funktionären in Telfs. Manuel Kreinz, hier mit der feinen Klinge, richtiger Ankle-Breaker, René-Zier. Ha, ja, der letzte Pass. Faul an Zottl kann man vielleicht geben, muss man aber nicht. Die gute Möglichkeit für Telfs, der Schuss landet aber im Außennetz. Wieder mal schöner Pass von Kreinz nach vorne, aber ein bisschen zu scharf. Es ist in dieser ersten Spielhälfte der letzte Pass, die letzte Aktion, so wie hier Joey Zottl. Schöner Kopfball, beste Möglichkeit im Spiel, aber den Liges Tor findet der Ball nicht genauso wie hier. Geht er nur an die Latte. Der Austria kann dann schlussendlich die Aktion bereinigen. Wir schauen uns das nochmal an. Fonja, hackt da am Ball vorbei. Ja, und so schaut's aus bei den Anhängern oben im Wald. Rund 150 Waldmenschen machen gewaltig Stimmung. Und recht viel schlechter als im dritten Rang des Happel-Stadions ist die Sicht auch nicht. Florian Wiedl versucht's ja selbst, aber wir kennen's, letzter Pass kommt nicht an. So, jetzt hat auch die Austria Aluminium getroffen. Hödl war's. Alt-Helfer, Torhüter, Christoph Hefele, angeschlagen. Kann dann aber weiterspielen. Fonja. Spielt in die Spitze. Torhüter, Torhüter, kein Treffer, sagt der Schiedsrichter. Abseitsstellung von Zottl. Wir können's leider aufgrund unserer Bilder, oder besser, mit unseren Bildern nicht ganz auflösen. Ich glaube, die Austria marschiert unbeirrt nach vorne. So, hier wieder Joey Zottl ganz knapp drüber. Letzte Aktion war das in der ersten Spielhälfte. In der zweiten Halbzeit sehen wir ein eigentlich unverändertes Bild. Der Austeller drückt. Kreinz, hoher Ball nach vorne. Da wird früh attackiert. Marinko Sorda, Ball wieder bei Kreinz. Raus auf Marco Hödl. Und er macht das Tor. 1 zu 0 aus Sicht der Mozartstädter. 54. Minute. Es dauert ein bisschen, bis das Publikum am Hacken auch merkt, dass ein Treffer gefallen ist. Aber dann ist die Jubel umso größer. 1 zu 0. Toller Start in die zweite Spielhälfte. Gleich darauf sehen wir diese Aktion. Hereingabe geklärt. Hödl steht goldrichtig. Zweiter Treffer. 57. Minute. Ganz trocken gemacht gegen die Laufrichtung des Torhüters. 2 zu 0. Ist das vielleicht schon eine Vorentscheidung? Foul von Flo Wiedl. Da gibt es gar keine Diskussion. Sieht auch der Schiedsrichter Dzeko Kujatinovic so. Ein paar haben da nicht auf den Pfiff gehört. Gibt ein bisschen Verwirrung. Aber im Endeffekt gibt es einen Freistoß für Telfs von der Strafraumgrenze. Das ist eine unangenehme Situation. Der Schiedsrichter fragt hier nochmal beim Assistenten nach. Er sagt aber, spielen wir einfach weiter. Da kommt der Ball herein. Gefährlich. Gute Klärung von Kallmann. Und der Osterer kann sich dann befreien. Aber Telfs, die haben sich absolut noch nicht aufgegeben. Schöner Save von Kallmann. Und dann wieder Konterball herein. Aber dann mit viel Routine. Marco Hödl. Aber irgendwie drücken die Telfs, die Austria jetzt hinten hinein. Im Endeffekt macht Krainz das mit viel Routine. Pass in die Spitze, abseits, sagen die Schiedsrichter. Naja, da kann man den Telfern nicht böse sein, dass sie reklamieren. Glück jedenfalls für die Austria. Genauso wie hier. Krainz klärt auf der Linie. Ball geht dann drüber. Ja, viel ist nicht los. Das, was sehenswert ist, fangen unsere Kameras ein. Pass in die Spitze, bisserl zu weit für Joel Zottl. Aber die Austria prinzipiell mit einem sehr guten Auftritt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das das erste Pflichtspiel ist. Und das ist der dritte Treffer Schweighofer. 67. Minute. Probiert es einfach. Und drinnen ist der Ball. Super gemacht. Materialprüfung bei Marinko Sorda. Das Austria-Trikot, das hält das aus. Und der Spieler muss sich die Kritik in Form einer gelben Karte gefallen lassen. 3 zu 0. Das sollte nicht mehr viel anbrennen. 3 zu 0. Ach was. 4 zu 0. Marco Hödl. Macht es in der 71. Minute. Das sollte jetzt wirklich alles klar sein. Und hier, das ist auch der Moment, wo ich dann wahrscheinlich meine Stimme ein wenig beleidigt habe. Man hört es. Ja, absolut verdiente Führung. Wenn man allerdings auch sagen muss, dass Telfs auch so die eine oder andere Möglichkeit hatte. Aber wie heißt so schön im Fußball die Tore, die man nicht macht, die bekommt man eben. Aber Telfs spielt weiter nach vorne. Und kommt nun zu einem Treffer. Und kommt nun zu einem Treffer. Pellegrini. 76. Minute. Da springt der Ball unangenehm auf. Und dann über Kieper Kallmann ins Tor. Diesen Ball, den hat Kallmann. Aber sicher. Nächste Möglichkeit für Telfs. Die haben sich noch nicht aufgegeben. Spricht eigentlich sehr dafür, dass bei dieser Mannschaft alles funktioniert. Spielen auch bei 4 zu 0 für die Austria. Weiter nach vorne. Ja, und das macht sich bezahlt. Fehler in der Austria-Abwehr, die hier einfach geschlafen hat. 80. Minute. Perstalla 2 zu 4. Ja, da wird die Austria doch nicht etwa den Faden verlieren. Keine Abseitsstellung. Und der hat Platz und geht aufs Tor. Ha, Kallmann. Der rätet. Das hätte bitter werden können. Jetzt noch kurz vor Ende. Wenn die Austria hier den dritten Treffer hinnehmen, hätte müssen. Nicht passiert. Alles gut. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Da gibt es noch eine kuriose Situation. Zia liegt verletzt am Feld. Braucht einem eine GZE, bis Telfs den Ball rausspielt. Flo Wiedl dürfte da irgendwas hineingesagt haben. Fängt sich die gelb-rote Karte ein. Sei es drum. Aufstieg gesichert. Die Mannschaft jubelt. Alles gut. Die Austria steht in der zweiten Runde. Ich glaube, man hat das, soweit wir mitgekriegt haben, auch vom Platz her gehört, dass Leute von uns da waren. Hat absolut keine Probleme gegeben. Es ist halt wie so oft oder wie immer, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Und das hat sich heute eigentlich auch wieder bestätigt, wenn man von den Polizisten schon das Fazit kriegt, dass alles super funktioniert hat und dass es keinerlei Probleme gegeben hat. Und jetzt werden wir noch die Mannschaft feiern und dann werden wir uns nach Hause verabschieden. Es war ja eigentlich offiziell ein Geisterspiel. Aber wenn man da im Hintergrund sieht, wie viele Fans trotzdem mitgefahren sind und da oben in den Wald geschauten sind und uns unterstützt haben, das ist einmalig. Das gibt es nur bei der Austria. Und dafür, glaube ich, ich spreche für die ganze Mannschaft, sind wir unendlich dankbar. Ja, ich bin jetzt mittlerweile das zweite Jahr bei der Austria. Ich kenne es eigentlich gar nicht mehr ohne die Fans. Deswegen war es halt sehr schade, dass wir da ein Geisterspiel gehabt haben. Aber man sagt, wie geil, dass die Leute da sind und wie cool, dass das einfach ist, dass die den Verein auch so leben. Es ist unglaublich. Die nehmen sich an Sonntag Zeit, kommen da her für uns und Gott sei Dank kann man es auch belohnen können, dass wir in die zweite Runde aufgestiegen sind.